WD40 Bike Reiniger ist ein Allzweckreiniger für alle Materialien wie Carbon, Gummi, Kunststoff und alle Metalle, einschließlich Titan, Stahl und Aluminium. Spülen Sie das Fahrrad zunächst mit sauberem Wasser ab. Tragen Sie dann reichlich Reinigungsmittel auf die gewünschten Bereiche auf und lassen Sie es ein paar Minuten lang einwirken. Um starke oder hartnäckige Verschmutzungen zu beseitigen, benötigen Sie eventuell einen Schwamm oder eine Bürste. Das Produkt entfernt Schmutz, Schlamm und Fett schnell und effektiv. Spülen Sie das Fahrrad dann mit sauberem Wasser gründlich ab und trocknen Sie es mit einem sauberen Tool oder Lappen.